Das ging um deinen Geburtstag und wir hatten gefragt, ob du schon einen ausgegeben hast und er sagte, nee, du hättest aber eine Überraschung für nach dem Training angekündigt. Was war denn das? Das war ein gesunder Foodtruck. Da gab es Gemüsekebab, Veggieburger, also alles nur gesunde Sachen. Es ist einfach von mir ein Dank an sie gewesen für ihr Engagement, für ihren Willen, den sie tagtäglich zeigen, weil ich glaube, dass es nicht immer ganz so einfach ist, unter mir Spieler zu sein. Ich finde, dass das Leben auch einfach ein Geben und Nehmen ist. Funktionsteam und Medienteam durften auch mit essen. Vielen Dank nochmal dafür. Die waren besonders aktiv.